Ich denke, ich habe jetzt einen Produzenten für mein nächstes Album. Hey, Grey! Sein Name ist Vaughn Daniels. Hier steht, dass er wegen Mordes angeklagt war. Er wurde freigesprochen. Kommt rein. Mr. Daniels. Ich bin froh, dass du hier bist, Grey. Das ist meine Freundin Charlie. Hey. Seit du hier bist, ist deine Musik wunderschön. Ich kann es überall an dir riechen. Es ist etwas Archaisches. Du musst es benutzen. Es gibt nichts, was du vor mir verstecken musst. Ich leide an Halluzinationen. Ich halluziniere, dass ich mich in ein Tier verwandt habe. Was ist los? Bist du okay? Wir fahren. Dieser Ort macht etwas mit dir. Es ist nicht dieser Ort. Das Ort! Man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Ich erkenne dich nicht mehr wieder. Du bist hier nicht in Sicherheit. Willst du ein Raubtier? Oder willst du Beute sein? Ich kann es immer noch überlaufen. Ich werde es dir machen. Ich könnte es dir machen. Ich bin schön. Ich würde es nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020